Hallo YouTube, 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 Willkommen. Ihr wisst, was ist, was soll ich euch noch sagen? Es geht weiter, es wird vielleicht eine Boss-Folge, vielleicht aber auch der First Try, man weiß es nie. Ich mache nochmal die Blastomist Tray, mehr, 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 kann nicht reden, konnte es noch nie. Blastomist Blade, Shred und ich denke mal, das wird was. Danke für euren Support, Lasst doch mal ein Abo da, blibla, blub one. YouTube, einfach geil, geab chills. Jetzt geht's los. Ich mach die fertig. Er hüpft über jedes Ding drüber, Leute. Oh, die dodged halt jedes einzelne. The fuck. Habt ihr das gesehen? Die hat jedes einzelne gedodged. Geh ich ein Double-Hit? Können die mal kurz Diagronen oder ist das nicht möglich? Double-Hit! Wuhu! Fickt euch doch! Und ich hab meine Energie wieder. Spiel grad gut, Leute. Ich hab kein Stamina immer. Ah, halt doch so. Der kleine, ey, der nervt. Der lässt gleich weg. Ich hab alle Heals noch. Lass mich mal heilen, bitte. Bitte, lass mich heilen. Ey, Leute, die lassen mich nicht heilen. Das ist unmöglich. Mein Gott, ich hab so gut gespielt. Was soll das denn? Wann soll ich denn heilen, ey? Die hören nicht auf zu rennen. Oh, das nervt mich, Mann. Das war ein guter Try. Die hat drei von meinen fucking L2s gedoogged. Ich mein, ich hab halt auch am meisten Pech von allen fucking Elden Ring Streamern auf der Welt. Scheiße, Mann. Geht schon wieder kacke los. Ich hab schon wieder keinen Bock mehr nach einem Try. Oh, yes, Julia, danke dir für den Sub. Mikrowellen 53, danke dir für den Prime Sub. Leute, haut rein. Geil ist es doch auch irgendwie. Ich kann nicht reden. Warum sag ich haut rein? Es macht alles keinen Sinn. Sorry. Einfach Spam. Oh, die hat sie gedottet. Oh, das ist unser Moment. Let's move it, something's to end. Ich weiß nicht, kein Stummy noch mehr. Die heilt jetzt. Aber nicht mit mir. Jetzt, jetzt, dann hab ich sie. Nein, die ist gleich tot. Jetzt hast du tot, warte. Ich muss sie schnell killen. Nein, nein, hinten noch die Ficker. Der Ficker, dieser Horn. Dieser dumme kleine Hornet-Wicker. Wie heißt der, Mann? Hornet-Arsch. Hornet. Hornet. Ah, es nervt. Horncent, ja. Horn-Senf, Alter. E-Nir-I-Li-Mäh. Don't you dare approach Mikrow the King. Needle Knight-Leader. Drylead Dane and our allies will never allow us. I got this. So läuft's doch. Nein! Direkt vor meinem Gesicht. Die ist frech einfach. Die ist so frech. Lord of the Earth. Lord of the Earth. Das Zeug zieht so viel ab, Alter. Diese Dark-Scheiße. Ach ja, als Tag-Team, die mich wieder... Fick dich doch. Double-Hit! Oh, ich hasse den kleinen Wichser. Ich hasse diesen Wichser, Mann, mit seinem dummen Scheiß... Scheiß! Nein! Mann! Ah! 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 Ah, Mikrow, wärle, hab ich schon gesagt. Hä? Steffi, dann geh doch ins Kino, bitte. Oh, nee. Wenn du ins Kino wolltest, bitte geh ins Kino. Spinnst du? Nein, hör doch auf. Warum dodg die? Ich meine, ich dodge auch, okay. Gegner dürfen nicht dodgen, finde ich. Okay, jetzt kann ich, glaube ich, ihr heilen, unterbrechen. Nein! Gut. Habe Absicht. Come on. Staggerlock, come on. Ich hab sie. Komm, ich hab sie. Hör auf, Donnie. Konzentrier dich. Nein, warum bin ich so gierig? Oh Mann, ich will sie einfach killen. Ah, die regt mich so auf. Ah. Er war auch gierig gerade. Ich meine, ich hab einfach R1 gespammt, aber ich krieg die in so einen Staggerlock. Oder wie das heißt, wie's ich meine. Das ist schon gut. Und wenn ich das Stamina ein bisschen besser manage. Warum so knapp immer? Warum bin ich so gierig? So gierig, so gierig, so ausgesprochen gierig, so gierig war ich nie. Bäm, in dein Maul. Nochmal. Bats! Oh, ne Unterbrechung. Heal wiederbekommen. Bats! Direkt-Hit! Noch ein... Komm, der sitzt... Nein, sie hat mich unterbrochen. Nein. Ich hasse es, wenn sie heilt. Das macht mich unwütend. Yes. Hör auf zu blocken. Gokblock. Ey, diese Dark-Scheiße, Mann! Warum zieht das so viel ab, Mann? Diese Scheiß... Was ist das für eine Ficke, die der immer da... Ich hab dafür keine Rüstung oder so. Was ist das? Was ist das für ein Scheiß, was der da immer schießt? Ist das Dark-Energy oder was? Death? Wieso zieht das so viel ab? Black Magic. Ich hab zu hoch angefangen, kannst du vergessen. Einen hab ich noch. Nee. Nein. Dummer Wichser! Jetzt macht sie eine... Eine-Millionen-Kombo! Boah, ich bin zu krawallig heute, Leute, für die Session, glaube ich. Geh lieber ins Kino, Steffi. Ich sag's dir, das geht hier nicht lange, heute. Ich bin so sauer auf diesen Boss. Warum bin ich so sauer? Ich hab so einen guten Tag gehabt. Ich hab gute Laune. Ich hab genappt. Alles ist gut. Das macht mich von 0 auf 100 sauer, die Scheiße. Ja, ich beleg jetzt... Ich weiß nicht, mit der Flask ist das irgendwie... Ich will das nicht umbelegen. Irgendwie fühl ich das nicht. Ich weiß, ich kann's umbelegen. Ich bin so ein sturer Typ, Leute. Das könnt ihr einfach... Das kannst du keinem erzählen. Ich will das jetzt nicht. Kann ich hier vielleicht irgendeine Scheiße reinmachen? Ein ernstes Final Hit of Chain Attacks. Brauch ich nicht. Wo ist denn hier was gegen diese Dark Black Magic Scheiße? Bustibus Non-Physical Damage Negation. Vielleicht ist das gut. Okay. Was ist das? Ich bin der Redmayne Freier, der Zeit hat. Mann! Das nervt! Ich wollte durchdotschen, aber irgendwie hat's nicht geklappt mit dem Lockdown und so. Mann, der nervt! Warum zieht das so viel ab, Mann? Was soll das? Was mach ich falsch? Das kann doch nicht sein, dass es so viel abzieht. Was soll das denn? Das ist voll broken, Alter. Ich meine, es ist leicht zu dodgen, aber wenn du halt Stamina nicht mehr hast, dann am Rennen bist und so, und dann irgendwie den einen Frame nicht richtig dodged, kannst du es vergessen, Mann. Gegen den Wichser. Horns Hand. Horns Hand. Ja, Mann. Chat ist schuld, so sieht's aus, Pia. Nein! Nein! Direkt vor meiner Fresse! Ich hasse sie! Oh, ich hasse sie so sehr! Naja, Doppel-Kill. Oh, Doppel-Hit, nice. Der war geil. Ah, jetzt hüpft der über mein Schwert! Oh, das nervt! Ich muss den killen zuerst! Halt der auf! Einschlag noch! Nein! Ich bin zu gierig! Nicht gierig! Nein! Gute Dodgers! Oh, der hat ja voll viel AP! Wycliffe John, wie heißt der? Warum bin ich so langsam immer? Stamina! Ich hab doch Stamina! Ich weiß nicht, warum ich so langsam bin manchmal. Ich kann keinen FP nehmen! Wo soll ich den FP nehmen, Junge? Nein! Falsche Flask! Du Hurensohn! Sorry! Mann! Falsche Flask! Ah! Das ist der Wichsflask! Falsche Flask! Falsche Flask! Oh, das ist so sauer! Oh, das macht mich so wütend, Mann! Wie ist das? Ok, das schafft er nie allein... Challenge accepted! Oh Let's go Wow Wow, was war das denn? Wieso hat die so einen Reach auf einmal gehabt? Das war komisch, Gott, oder nicht? Die hat auf einmal übelst den Reach gehabt Was war das? Was war das? Was war das? Oh Fuck! Macht die Elden Ring gerade noch Spaß? Ja. Ich bin die Redmane Freya. Die Zeit hat kommen. Ich bin ein Wunscher-Worthier-Foe. Das ist unser Moment. Wir machen es ein Wunscher-Worthier. Ich bin ein Wunscher-Worthier. Das ist nur was die Frau gesagt, es wird sein. Herr von der Erde. Herr von der Erde. Sie, auch, verdienen Sie die Reckung. Ich hätte nie gedacht, dass es. Ich hätte es sein, dass es der Erde sein, der Herr von der Erde. Was war das denn? Mein Gott, warum macht die das so oft gerade? Was? Die ist irgendwie aggressiver als vorher. Finisher, Finisher! Nein! Egal, die hat nur noch einen Hit. Finisher, ich bin an der Wand! Nein! Ich hänge hier fest! Oh, diese Wichser! Oh mein Gott! So eine Scheiße an der Wand! Oh! Ich bin so sauer gerade, man. Das war so fucking scheiße, man, diese Wand. Hey! Der hat... Oh, das läuft dann immer so scheiße. Die hat nur noch die Sprungattacke gemacht. Dann ist diese scheiße Wand da. Diese zwei anderen sind übelst aggressiv, man. Die hat nur noch einen Schlag gebraucht. Oh Gott! Ich hasse es! Ich hör immer mehr zu diesem Andreas von Frauentausch. Wie du sehen kannst, es sind Summons im Haus. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Es sind Summons im Haus. Dieses Schwert ist unrealistisch. Wieso hat das so einen Reach? Das nervt! Was soll das, wenn die die ja satt... Die flippt manchmal so aus, Alter! Wisst ihr, was ich meine? Ihr seht das doch auch, oder nicht? Manchmal macht die so eine Siebener-Kombo. Ey, wenn der erste Schlag sitzt, dann kannst du dich mal wegtautschen. Was? Beruhige dich! Als ob sich in der ganzen Menschheit jemals jemand beruhigt hat, nachdem jemand gesagt hat, ich beruhige dich! Kommon! Den Wichser schaff ich. Locker. Schieß es halt. Kommon jetzt, Leute! Entschuldigung! Nein! Ich versteh das manchmal nicht, Leute. Warum kann man manchmal nicht rennen? Ich hab doch Stamina voll. Das ist voll weird. Manchmal, ich kann nicht rennen irgendwie. Der rennt nicht, der rennt so langsam. Was ist denn das? Verpeil ich das im Eifer des Gefechts? Was mach ich da falsch? Der rennt dann nicht und ich guck hoch und ich seh Stamina ist voll. Ist das dieses scheiß Schleichen schon wieder? Nein, ich will das nicht austauschen. Das regt mich jetzt richtig auf. Ich will das nicht austauschen. Ich will das einfach anbeinden. Wie geht das? Oh, ich bin so sauer. Warum geht das jetzt nicht? Was hat er jetzt gemacht? Ich will das einfach... Ah, das nervt! Keine Ahnung, Mann! Keine Ahnung, Mann! Keine Ahnung, Mann! Keine Ahnung, Mann! 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 I'm the Redmane Freya. The time has come. I cannot look for a worthy of foe. This is our moment. Let's make it something to remember. I'm the Redmane Freya. I'm the Redmane Freya. It would not be more fitting for the birth of a new god and the coming of a lord. Don't you dare approach Mikula the Count. Needle Knight-ledder. Dryly Dane and our allies will never allow this. Ich bin der Redmayne, Freya. Die Zeit hat es kommen. Ich bin ein Wettbewerb, ein Wettbewerb. Das ist unser Leben. Wir machen es so. Ich wollte dich verhindern, Mann. Die ist so scheiße mit ihrem Heilen immer. Ey, es ist doch einfach zum Kotzen, Alter. Ich weiß genau, wann die heilen. Ich kriege das doch hin, dass die mal stirbt. Ich will eins nach dem anderen machen, dann geht das. Ich kann das nicht schaffen, wenn da drei auf einmal sind. Fucking Wutrülpser, ey. Okay, wow. Ich drehe durch. Ich drehe fucking durch. Ich hau hier noch alles kurz und klein in der Wohnung, Mann. Ich bin so sauer auf diese Bosse. Redmayne, Freya, her ins Maul. Bart. Bart. Bart, nein. Komm, heil jetzt. Ich weiß, du willst es. Nein, so knapp. Mann. Jetzt kommt der Ficker. Ja, verprügelt mich einfach komplett. Mann, der nervt. Guck mal, wie die mich nicht heilen lässt, Alter. Schieß doch jetzt mal. Ich weiß nicht, wo ich bin. Nein, jetzt haut er ab. Komm her jetzt, du kleiner Ficker. Nein, die ist nur noch Akku, Alter. Mein Gott. Oh, es ist so hart, Mann. Hey, es ist manchmal so fucking übel. Ich weiß nicht. Okay. Ich bin der Redmayne Freya, und der Zeit wird kommen. Und die wirft die ganze Zeit Feuerbomben auf mich, Alter, ohne Wende. Ey, der kleine Ficker, Alter! Die lässt... Die ist nur noch aggro, Alter! Ja, sie unterbricht den! Na klar! Ja! Mein Gott! Der ist tot! Ja! Ja! Mein Gott! Nein! Oh Gott! Glück gehabt! Oh! So ein Glück gehabt! Come on! Mann! Ich muss die finishen! Nein! Yes! Mann, warum... Der rennt nur! Ich kann nicht heilen jetzt! Weil der... Der ist so super aggro immer! Ey! Was soll ich da machen, Junge?! Der Typ ist so hart aggressiv, der rennt nur auf mich zu! Oh Gott! Ich bin so hart, Junge! Ich bin so starbisch! Ich bin so hart, Junge! Ich bin so hart, Junge! Ich bin so hart, Junge! Bist du auch! Ich bin der Redmayne Freya, der Zeit ist gekommen. Es ist ein Rufa-Worthier-Fone. Das ist unser Moment. Wir machen es etwas für Sie. Ich bin der Rufa-Worthier. Sie, Lord of America, you two deserve to face the Reckoning. I never could have imagined that you might be the Goldtree's rightful Lord. Such as it is, this battle could not be more fitting for the birth of a new God and the coming of a Lord. I don't know what you're doing, but I don't know what you're doing. Lägerlich. 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 Sie macht das scheiß Schild nicht weg. Fuck. Fuck ey, es ist so unfair, ich gammel die ganze Zeit mit 1HP mit ihrem Scheißschild hinter den beiden anderen. Das ist so unfair. Das ist so unfair. Fuck off ey. Hä, wie soll man das schaffen? Ich bin alleine. 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 Voll im Tunnel, ne? Ich habe auch keinen Bock auf Gags und nix. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ich mach hier nicht. Ich bin hier. Ich will das jetzt fucking schaffen. Ich bin alleine. Ich bin alleine. Und dann schmeißt sie sofort hinterher ein Feuerding, ne? Das ist so hart. Es ist so übel, man. Das ist doch so unfair. Jetzt mal wirklich. Das Game weiß, dass ich da heile. Alter, verdammt der verfickte Scheiße. Ich heile. Sie schmeißt. Was soll denn das? Ich bin alleine. Das staggert sie nicht, ne? 30 Tonnen schwerer Hammer staggert sie nicht. Die wiegt 50 Kilo. Mega realistisch. Hör doch auf, diesen Move zu machen, du dummer Sack. Was ist das mit deinem scheiß Hammer auf den Boden hauen? Nein! Ah, ich hasse sie. Hä? Ha, 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 ha! Das kann nicht mehr gut für den Niembruch von einem neuen Gott und der Kommission von einem Herrn. Ich bin der Redmayne Freya, der Zeit ist gekommen. Ich bin der Redmayne Freya, der Zeit ist gekommen. Ich bin der Redmayne Freya, das ist unser Leben. Wir machen es etwas, was wir machen. Ich bin der Redmayne Freya, der Zeit ist ... Ich bin der Redmayne Freya, der Zeit ist Deutschen. Der Redmayne Freya, der Zeit ist gut. Ah, ich bin nicht. Der Arzt hat gesagt, hat mich gefragt, wie viel Salz ich zu mir nehme. Er hat irgendwie auf seinen Chart geguckt und war so völlig, wie viel Salz nehmen sie zu sich? Nicht so ganz normal, also jetzt nicht so super viel. Oh, warte. Das haben sie ihrer Versicherung nicht gesagt? Sie spielen Elden Ring ohne Summons? Oh, ich sehe hier noch. Und ohne Asche? Herr O'Solivin, Sie haben viel zu viel Salz! Ich bin es! Ich bin es! Ich bin es! Ich bin es! Ich bin der Redmane, Freya. Die Zeit wird kommen. Ich habe keine Hoffnung für einen wertvollen Fall. Das ist unser Moment. Wir machen es etwas, um zu erinnern. Ich habe keine Hoffnung für mich. Der Herr von der Erde. Der Herr von Marika. Sie müssen auch die Recken. Ich hätte nie gedacht. Alles dauert zu lang. Alles dauert zu lang. Heilen, Laufen, alles. Als würde er mich verarschen wollen. Als würde er mich verarschen wollen. Wirklich. Als würde er mich verarschen. Komm, 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 komm. Zur Seite. Das muss auch ein awkward Smalltalk sein hier. M'lady, warum muss M'lady her? Breitschwert bringt nichts. Die staggern nicht. Das sind NPCs. Also, Breitschwert bringt ja gar nichts. Ich kann keine... Da bringt der Square auf nichts. Ich kann keine... Die Staggern nicht. Ich kann nicht nur geboren werden. Ich kann nicht nur geboren. Ich kann nur geboren. Ich kann nur geboren. Stamina? Ich raff es nicht. Ich weiß nicht, ob das einfach an diesen komischen Summon-Bossen liegt. Irgendwas ist laggy. Ich sehe, ich gucke hoch, ich habe Stamina, ich drücke auf Wegdeutschen beim Aufstehen und er macht es nicht. Ich verstehe es nicht. Hast du Mesmer Speer? Ja. Also ich habe seine Asche ich weiß nicht, ob ich es schon eingetauscht habe. Needle Knight-Leader, Drylead Dane und unsere Allies will never allow this. Ich bin die Red Mane, Freya. Die Zeit hat es geschafft. Ich bin nicht ich konnte nicht auf ein Wohriger Foe. Das ist unser Moment. Ich mache es etwas zu machen. Das war's für heute. Ah, wann heilt die denn? Muss mal kurz jemand den Chat verarschen, Moment. Ähm, frift-frift sagt Der Damage ist gut. Der Spieler ist schlecht. So stelle ich mir dich vor. Oh, ich hab mir in die Hose geschissen. Ah, scheiße, schon wieder. Mama! Mama ist wieder passiert. Ich hab im Internet Leute dumm angemalt. Ich hab mir in die Hose geschissen. Ich bin der Redmane Freya. Der Zeit hat sich. Ich konnte nicht erwartet für einen Wartier-Foen. Das ist unser Moment. Wir machen es etwas, was zu erinnern. Nein! Schlechtes Timing! Die macht so viel Damage mit ihrem Scheiß. Diese Waffe macht zu wenig Damage, Leute. Nein, ich bin tot. Wie sie mich abschmeißt von hinten! Ja, der Spieler war schlecht, aber der Damage war ganz gut, was meinst du? Ja, ja, meine ich auch. Diese Waffe ist scheiße, Mann. Die ist kacke. Die macht mir zu wenig Damage. Ich... Ich fahrt den Damage nicht gut genug. Vielleicht auch nicht. Ich bin der Redmane, Freya. Die Zeit hat kommen. Das ist unser Moment, wir machen uns etwas zu erinnern. Ja klar, dass es nicht reicht. Reicht auch nicht. Hey Leute, das Heilen ist das Schwierigste bei diesen Bars. Wirklich, du hast keine Fenster zum Heilen. Ach, verkleck mich doch. Ich kann es jetzt übrigens sagen, Leute, FR Frift hier im Chat, das ist meine Mutter tatsächlich, das ist ihr zweiter Account. Die macht das ganz gerne, mich abends einfach so ein bisschen taunten und so. Ja, haben wir schon mal drüber geredet an Weihnachten, finde ich auch nicht cool, aber wenn es ihr Hobby ist. Äh. David, 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 die Alien sind da, David, alles voller NPC-Bausse, David. Ficken, 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 bumsen, blasen. Ah, geh in das Frost rein, das ist gut. Brav. Warum bin ich so schlecht? Warum bin ich so schlecht? Die Waffe staggert sie halt nie, deswegen ist die Kacke. Der kleine Ficker immer, ey, mit seinem scheiß Anfall. Nein, ich hab keinen Bock mehr. Ich kann, ich weiß, ich kann, ich weiß, ich müsste nur ein Summon nutzen. Ich weiß es doch, aber ich hab jetzt schon so viele Tries, ich bin committed, Leute, ich kann es jetzt nicht bringen, ich kann es jetzt nicht. Ich bin jetzt hier stuck, bis in alle Ewigkeiten. Meine Ehre, meine eigene, mir selbst auferlegte Ehre, das versteht ihr einfach nicht. Ich mach es mir selber schwer. Aber ich kann es mir jetzt einfach nicht erlauben, das jetzt zu ändern. Versteht das irgendjemand von euch? Das ist, ich bin da komisch. Ich kann, ich hab jetzt schon 100, nee, wie viele Tries? Bestimmt 50, so um die, unter 50. Irgendwas halt. Viele. Ich kann jetzt nicht ändern. Es geht nicht. Was ist denn mit... Kann ich noch irgendeine Waffe auf 10 bringen oder so, die geil ist? Was ist denn hier mit... Was ist mit Mesmas geile Lanze hier, Mesmas Arschlanze? Rivers of Blood vielleicht, kann ich auch noch auf 10 bringen. Dieses Chicken-Ding. Wo ist denn die Lanze-Pupanze von Mesmas? Habe ich die schon geholt? Lass mal die holen, kurz. Oh Mann, wie geht das nochmal? Ohne, dass man so scrollen muss, wie so ein Depp. Mann! Das geht auch irgendwie anders, ne? Zum Lost. Ach, keine Ahnung, wie das geht. Mein Gott. Fucking fast 300 Stunden im Spiel. Weiß immer noch nicht, wie es geht. Schnell. Deine Skillung muss zur Waffe passen. Ja, ja, I know. Ja, ja, I know. Aber ich hasse... ...Matte. Ich drehe durch, 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 durch. Ich drehe duuuuuch. Alle. Ich drehe durch, du-du-du-durch, durch, durch. Ich drehe duuuch. Alle, jetzt. Ich dreh durch, 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 durch. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich hab jetzt sogar für den Röpsamer Ton ausgemacht. Der Röpsamer ist eklig, Leute. Moment. Was mach ich grad? Okay, ich muss jetzt hier mal... Oh, ich weiß jetzt wieder nicht, wo lang. Wulung. Wulung lang. Oh, ich geb mal die Kochbücher ab, Alter. Warte mal, hier war ich eh schon lang nicht mehr. Oh, ist das grad mal kurz entspannt, man. Nicht diesen Boss zu kämpfen, Alter. Lass mal chillen, einfach kurz mal mit den Omas hier. Offer Bearbearing. Nee, Bearbearings hab ich nicht. Oh, wo gibt man denn fucking Bücher ab? Oh, das weiß ich doch wieder jetzt nicht mehr. Wo gibt man denn... Von Liska, du musst echt... Ich mein, das ist jetzt wirklich so lieb, wie ich es nur kann. Du musst wirklich... Ich weiß nicht, ob das jetzt Jog ist. Du musst wirklich aufhören damit, immer vorzuschlagen im Chat, wenn ich sag, ich hab grad keinen Bock, dass ich Zelda spiele. Bitte. Ich weiß, du willst das nicht. Ist nicht deine Intention, aber es nervt mich. Ich hasse das. Ich spiel dieses Spiel... Ich spiel immer die Spiele, auf die ich Bock hab. Ihr braucht nie, wenn ich sage, ich bin hier gerade... Mich nervt's. Braucht ihr im Chat nie, egal wer... Jemals sagen, geh mal ne Runde spazieren, spiel mal ein anderes Spiel, ne Runde Just Chatting? Nein. Ich bin in the zone. Und das ist auch gut so. Ich weiß, es klang jetzt ein bisschen, als wär ich sauer, bin ich nicht. Von Liska, bester Mann, beste Frau, weiß ich nicht, ist ja schon länger dabei. Aber ist mir noch aufgefallen. Das kommt ganz gerne mal. Spiel mal Zelda. Ich bleib hier jetzt. Ich brauch ein Snickers. Ich dreh durch, 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 durch. Ich hab keine Seelen. Also nein, ja. So, warte mal, was wollte ich machen? Ja, ich hab doch diese... Boah, wo geb ich... Ah, bei der Fingerfrau, genau. Was ist eigentlich hier los? Ist da die alte, die man noch hier umarmen kann? Nee. Impaler. Erstmal nehmen hier die Scheiße, oder? Komm, wär ja auch irgendwie cool, wenn ich's da mitmach. Rewards of Blood auf plus 10, was meint ihr, Chad? Aber ich kenn das Moveset gar nicht. Nein, Leute, ihr müsst doch wissen, es geht ja auch nicht nur um die Waffe an sich, es geht ja auch um den Spielstil. Ich spiel halt einfach mit, äh, lieber mit langsamen Waffen. Ich bin kein Katana-Spieler, ich spiel nie mit Katanas, ich mag das gar nicht. Ich find das irgendwie immer ein bisschen lame, da immer einfach so Spam und da macht er halt diese Moves. Ist ein bisschen wie, für mich ist das wie mit Eddie bei Street Fighter 2 spielen, weißt du? Und dann nachher hast du immer die Leute, die sagen, hab ich jetzt alles mit Absicht gemacht, ich wusste genau, welche Knapp für ich drück. Halt's Maul. Du hast einfach nur diese A, B gedrückt die ganze Zeit, da macht er so ein Breakdance-Move, so einen endlosen, und dann sagst du nachher so, das war eine Kombo, eine geplante. So ist für mich Katana in diesem Game. Ein bisschen, paar Mal R1, paar Mal R2, und dann macht er so ein endloses Ding und so, und es sieht cool aus, aber ich find das viel geiler, mit Waffen zu spielen, wo man genau teilen muss, wie viele R2s hab ich, wie viele R1 hab ich. Ich muss Stamina-Management machen. Passt auch nicht zu meinem Bild. Oh, jetzt fühlen sich wieder Katana-Spieler angegriffen, krieg ich wieder Kommentare bei YouTube, ich seh's schon kommen. Nein, nein, also ich find das echt, manchmal haust du so Takes aus, und dann bist du da egoistisch, du siehst nur die Sache mit deiner Welt, also es gibt viele Leute, die Katana-Spieler I know, wenn ich alles so ernst nehme. So, ist nur ein Spiel, also, soll ich das auf plus 10 machen? Wie viele Steine hab ich noch? Moment. Ich hab, davon hab ich 6, und davon hab ich nur 1. Ich hab euch alle lieb hier, Leute, jeder, der es so spielen will. So, Moment. Äh, nicht alle. Sternenfall, Bestienkiefer, Waffe ist ne riesige Waffe und geilen L-Move. Was ist das? Ich spiel's auf Englisch, ich weiß nicht, wie das heißt. Sternenkiefer, hab ich, glaub ich, noch nie gesehen. Warum hab ich das eigentlich auf 10 gemacht? Ich depp. Sollen wir mal diese Lanze jetzt auf 10 machen, oder was? Die ist doch schon cool. Was hat denn das für ein Bild? Äh, die scaled mit Decks. Ja, Decks hab ich nicht, scheiße. Ne, dann war das wohl nix. Aber ich kann die mal in einem anderen Leben spielen. Hammer scaled auf Stärke. Das ist schon mal gut. Was ist denn mit... Soll ich mit der Helbert mal versuchen? M'lady ist schon auf Stärke. Das geht schon auf Stärke, ne? Also... Ralf Möller hat nen Sternenkiefer, glaub ich. Oh, ich weiß es doch nicht, ey. Was ist die Scheiße hier? Das ist irgendwie... Bringt das was? Hier vielleicht so ne Kanone. Na, das ist ja auch ne Deckswaffe. Hab ich nicht. Moonvale plus 10 hab ich ja auch. Danni Sahne von Danone. Lebi dübi. Blebi düdi. Ach, ich hab irgendwie nur Scheißwaffen, Mann. Warum hab ich nur Scheißwaffen? Arthur-Workout, genau. Sehr gut erkannt. Puma-Loco. Hallo, Mother. Hallo, Father. Kämpf wie ein Mann, nimm die Fäuste. Oh, Andrew Tate ist im Chat? Was? Herzlichen Glückwunsch. So, wenn wir mal... Ich bin hier umsonst hergekommen. Ich will hier gar nix. Warum bin ich hier... Warum bin ich hier hergekommen, Leute? Ich hab ja nur Scheißschwerte. Jetzt hab ich eine 80.000er-Seele gepoppt und hab hier nix, was ich machen will. Ach, Mann. Wo geb ich denn die Kochbücher ab? Eigentlich. Wo ist denn hier noch ein Händler? Mess mal... Weil ich den Bild nicht hab. Ich hol mir jetzt einfach eine coole Rüstung aus dem Geld. Ich geh jetzt nicht in diese Arena und sammle jedes Mal bei diesem Bosskampf meine Seelen ein. Gibt's ne geile Rüstung oder so? Oder ist es immer nur Fashion, diese Bossrüstung? Wo ist die Kiste? Wie geh ich zur Kiste? Wo ist nochmal... Achso, am Boundfire, ne? Okay, das war... Das hat alles nichts gebracht. Das war jetzt dumm. Fuck it. Scheiß drauf. Was soll ich machen? Wo war das jetzt nochmal? Oh, wo war das nochmal? Hier, oder? Oh, natürlich nicht. Hier ist ein Händler. Ich will mal kurz gucken, ob ich bei dem die Kochbücher abgeben kann. Oder ist es ein PC? Ist doch ein Händler, oder? Der hier. Ah, dem kann ich irgendwie nix geben. Hat der was cooles vielleicht? Warum hat der nix davon? Ich brauch die Sachen. Ja, 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 ja. Die Kochbücher gibt man nicht ab. Die erweitern dein Crafting-Menü. Achso, stimmt. Wo ist denn jetzt die... Äh... Äh... Das hier, oder? Das hier, oder? Ich weiß es nicht mehr. Warum finde ich das nicht? Da? Sorry, Leute, das hat bestimmt genervt. Aber ey, ich habe jetzt gerade eine Stunde schon einen Boss gekämpft. Seht's mir nach. Meine Concentration ist nicht mehr across the nation. Meine Concentration ist richtig schlecht. Wir haben jetzt 80.000 Seelen dabei. Das ist halt scheiße. Jetzt muss ich halt immer die Seelen aufsummern. Deswegen war das so dumm, das einzulösen. Leute, am besten bin ich vorangekommen mit der... Ah, warte mal kurz. Ach, ey. Ah, jetzt hätte ich auch laufen können, hätte ich gesagt. Okay. Na gut. Ah, bitte ich aber völlig spielen. Ich glaube, mit dem Hammer war es schon gut. Dafür brauche ich nicht so viele... Dingens. Flasks. Äh, Sword Chest. Was haben wir denn noch im Chest? Vielleicht seht ihr ja eine Waffe, die wir abgeben können. Wie gehe ich denn auf die Chest rüber? Wie kann ich da hingehen auf Chest? Switch to Chest. Da steht's ja im Gegend. Hm. Das sind alles Waffen, die kann ich fett upgraden noch, wenn ich wollte. Bloodhound Fang, ist das nicht auch so eine geile Waffe? Am besten wäre halt eine Waffe, die eh mit Strength... Scaled, weil dann muss ich nicht umtrainen. Great Katana, Dragon Hunters Katana. Hier, die Scheiße, ist egal. Checken Keule. Müssten wir auch den Build ändern, glaube ich, oder? Oder soll ich diese Keule auf 25 machen? Das ist doch keine Sonderwaffe, oder? Ist das eine... Weil die kann man doch umwandeln in eine Blattwaffe, oder? Warte mal, warum konnte ich das gerade nicht machen? Wo ist denn die nochmal? Warte mal, ganz kurz. Ich komme durcheinander. Ich komme ganz durcheinander gerade. Hier, hier. Die ist... Dafür brauche ich was. 16 Arcane. Ich habe... 9. Nee. Ich mache jetzt nicht sowas wie Umbilden. Nee, habe ich keinen Bock. Ich nehme den Hammer, Leute, und... Oder nee, ich nehme die Blasphemous Blade. Ich hatte nämlich eine gute Strat mit der, finde ich. Äh, wir machen es jetzt doch so. Aber genau, nee, ich mache... Pass auf, Leute. Ich habe die Idee. Ich nehme die Blasphemous Blade und nehme extra nur eine Magic Flask mit. Sodass ich in der... Wenn ich die Freya, oder wie die heißt, weg habe, dass ich dann aufhöre, meine ganze Konzentration darauf zu verschwenden. Immer zu gucken, weißt du, ob ich jetzt nochmal einen FP Re-Up mache. Das ist nämlich mein Problem. Das ist unnötig. Ich kann das mit konzentrierten R2-Schlägen beim Rennen schaffen. Vor allem den kleinen. Damit ich einfach mich... Ich schütze mich selbst davor, dass ich mich damit stresse. Weil wenn wir ein bisschen Glück haben und die nicht immer alles gleich wegdocht, dann kann man eigentlich drei, wenn alles gut läuft, vier Hits hinkriegen mit einem L2. Wenn wir da dranbleiben, aggressiv, dann ist die eigentlich schnell down. Es ist ein bisschen risikoreich und hat mit RNG zu tun, aber haben meine Strats immer. So, und dann haben wir keinen FP mehr. Gut, dann kommt der kleine, Horn-Send. Den bumsen wir weg. Und wenn alles gut läuft, bumsen wir den so weg, dass wir den vor dem nächsten Summon bumsen. Das ist die Strat und das machen wir jetzt so. Volle Konzentration, Ruhe, Chat, bitte. Und unsere Alli-Sendungen wird niemals geben. Ich bin der Redmanne, Freya. Der Zeit hat sich. Ich bin nicht so, dass wir uns befinden. Das ist unser Moment. Wir machen es so. Ja, ich kam da nicht weg wegen dieser verfickten Scheißwand wieder. Scheißwand, Mann. Ich hatte die fast. Die machen das auch absichtlich. Der wird dann viel schneller gesummelt, immer wenn ich die halt bei fast zwei HP hab oder so. Weißt du, was ich mein? Das ist absichtlich. Der kommt sonst später. Das macht Miyazaki persönlich. Der guckt hier zu, der ruft an bei der Zentrale, check mal den Horncent jetzt los. Dieser Scheißire mit den grauen Haaren ist schon wieder am Werkeln. Needle Knight-Leader, Drylead Dane und unsere Allies will never allow this. Ich bin die Redmayne Freya. Die Zeit hat sich. Ich bin die Redmayne Freya. Direkt vor meinem Gesicht. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Leute. Ich hab keinen Bock mehr. Ich wünsche euch einen fantastischen Abend bei allem, was ihr macht. Ciao, Leute. Macht's gut. Das war's mit mir. Tschüss, bis zum nächsten Stream. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schimize months.